In einem malerischen Dorf am Fuße majestätischer Berge lebte ein Weiser namens Ashwin. Seine Weisheit und Ruhe waren in der ganzen Region bekannt, er teilte die Prinzipien der buddhistischen Philosophie mit denen, die Frieden und Harmonie in ihrem Leben suchten. Eines Tages näherte sich ein neugieriger junger Mann namens Aniket Ashwin, begierig darauf, Ratschläge zu erhalten, wie er seine eher schwache Gesundheit verbessern könnte. Mit einem durchdringenden Blick und einer einhüllenden Stimme offenbarte Ashwin Aniket, dass der Schlüssel zu dauerhafter Gesundheit und einem ausgeglichenen Körper in einer scheinbar einfachen Geste bestand, dem Trinken von Wasser. Aber es ging nicht nur darum, Flüssigkeiten aufzunehmen. Ashwin beschrieb die Handlung als eine Kunst, eine achtsame Praxis, die aus seinen Erfahrungen und buddhistischen Lehren abgeleitet war. Die Vorherrschaft betrifft die Handlung des Trinkens von Wasser mit vollständiger Bewusstheit und betrachtet jeden Schluck als eine Gelegenheit für Dankbarkeit und Verbindung mit der Energie dieses kostbaren Geschenks, das Wasser ist. Aniket anfangs skeptisch beschloss, dieses Lehren zu experimentieren und entdeckte, dass jeder Schluck zu einer reichen und befriedigenden Erfahrung werden konnte. Ashwin erklärte, dass kaltes Wasser Ungleichgewichte im Körper verursachen kann. Und schlug vor, das Wasser auf harmonische Weise durch sich selbst fließen zu lassen, ohne zu zwingen, es nur natürlich zu kühlen, wenn nötig, ohne Exzess. Von diesen Worten angezogen, begann Aniket durch diese bewusste Praxis, Verbesserungen in seiner Verdauung und seinem allgemeinen Wohlbefinden zu bemerken. Die dritte Lektion von Ashwin handelte von der Reinheit des Wassers und ermutigte dazu, immer reine Wasserquellen im Einklang mit der Natur zu suchen. Aniket, jetzt mehr bewusst über die Qualität des Wassers, das er trank, begann reine Quellen zu suchen und entwickelte eine tiefere Verbindung mit diesem lebenswichtigen Element. Ashwin fuhr fort, ihn auf die Wichtigkeit des regelmäßigen Trinkens in ausreichenden Mengen hinzuweisen und betonte, dass obwohl Wasser unerlässlich ist, Mäßigung grundlegend für das Wohlbefinden ist. Aniket fand ein Gleichgewicht, das seiner allgemeinen Gesundheit zugute kam. Ashwins fünfte Lektion handelte von der Verbindung mit der Natur und lud dazu ein, wann immer möglich Wasser in natürlichen Umgebungen zu trinken, um Körper und Geist zu revitalisieren. Aniket, der normalerweise Leitungswasser konsumierte, erkundete natürliche Orte und erlebte mit jedem Schluck eine neugeborene Vitalität. Eine weitere wichtige Lektion, die Aniket lernte, war die Bedeutung des Ausdrucks von Dankbarkeit vor dem Trinken. Indem er diese einfache Handlung der Dankbarkeit in seine tägliche Routine integrierte, bemerkte er eine positive Veränderung in seiner Perspektive auf das Leben. Ashwin betonte auch die Wichtigkeit, Ablenkungen beim Trinken von Wasser zu vermeiden, sich auf die Handlung selbst und das Gefühl des Wassers in sich selbst zu konzentrieren, um nicht nur eine bessere Aufnahme, sondern auch einen Moment des Friedens im täglichen Wahnsinn zu fördern. Aniket, der es gewohnt war, schnell zu trinken, während er arbeitete, erlebte innere Ruhe, indem er diesem Rat folgte. Die nächste Lektion von Ashwin handelte von der Haltung beim Trinken von Wasser und ermutigte dazu, aufrecht und bewusst zu sitzen, um den Fluss des Wassers durch den Körper zu beeinflussen. Aniket, der früher an seinem Tisch lehnte, während er trank, nahm eine bewusstere Haltung an und spürte eine Ausrichtung in seinem Körper. Ashwin sprach auch über die Bedeutung von Geduld beim Wasserverzehr und lud dazu ein, jeden Moment und jeden Schluck langsam auszukosten, um eine ordnungsgemäße Aufnahme und die Kultivierung von Geduld zu fördern. Aniket, gewohnt an den täglichen Trubel, war überrascht zu sehen, wie diese langsame Praxis seine Denkweise positiv beeinflusste. Ein weiterer wichtiger Unterrichtspunkt war das Achten auf Restwasser. Was dazu einlädt, den Prozess nicht zu überstürzen, sondern die letzten Tropfen einen Moment im Mund verweilen zu lassen, bevor man sie schluckt, und entwickelt eine neue Bewusstheit und Dankbarkeit für jeden getrunkenen Tropfen Wasser. Ashwins letzte Lektion betonte das Geschenk für das kollektive Wohlbefinden. Indem er diese Lektion verinnerlichte, begann Aniket, das Teilen von Wasser als greifbaren Ausdruck der menschlichen Verbindung zu sehen. Mit der Zeit integrierte er diese wertvollen Lektionen von Ashwin über das Bewusstsein beim Trinken von Wasser in sein tägliches Leben und verwandelte die scheinbar gewöhnliche Geste in eine bedeutungsvolle und heilende Zeremonie. Die Geschichte von Aniket und Ashwins Lehren über die Wichtigkeit des Wassertrinkens ist nicht nur eine Erzählung über gesunde Praktiken, sondern eine Metapher für das Leben selbst. Jede tägliche Handlung kann eine Gelegenheit zur persönlichen Verwandlung und Verbindung mit der umgebenden Welt sein. Wahre Gesundheit geht über körperliche Gewohnheiten hinaus und beinhaltet Dankbarkeit, Geduld, Mitgefühl und Bewusstsein in jedem Aspekt des Lebens. Die einfache Praxis des Wassertrinkens wird zu einer kraftvollen Erinnerung daran, dass jeder Moment, selbst der gewöhnlichste, ein Tor zu einem erfüllteren Leben sein kann. Und Sie? Wie trinken Sie normalerweise Wasser? Wenn Sie diese Geschichte inspiriert hat, hinterlassen Sie ein Like und abonnieren Sie den Kanal Perlen der Weisheit für ähnlichen Inhalt. Wir sehen uns im nächsten Video.